So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich Platziere Weltraumfelsen für den toten Briefkasten zu finden. Genau so sieht so ein Felsen aus. Zack, und schon haben wir einen Teil der Aufgabe erledigt. Jetzt habe ich natürlich gerade die Kopfgeldjagd abgeschlossen. Wunderbar, aber wir haben jetzt einen von drei. Wie gesagt, so sieht das Ganze aus. Hier findet ihr die anderen noch. Einen, wie gesagt, auch hier. Ich gehe jetzt mal gerade, ich schlaue ich schon da ganz entspannt rüber. Und dann gehe ich auch direkt zum Nächsten. Aber ich denke mal, die meisten werden jetzt sehen, wissen, wie das Ganze aussieht. Es ist einfach wieder einfach nur ein Stein, der verblasst ist. Der muss dann aktiviert werden. Und auch so könnt ihr das dann ganz entspannt machen. Die sind aber auch schön im Pfeiten da hinten. Aber ich mache das Ganze einfach mit Heal-Stuff. Und so werde ich das Ganze dann machen. Und das empfehle ich euch halt auch. Wie gesagt, landet nicht in Sanctuary. Holt euch da nicht den Hauptauftrag ab. Und in dem Sinne würde ich mich natürlich gerne über ein Like freuen. Und gebt mir auch gerne ein Abo. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei den nächsten Aufgaben. Und haut rein.